Im Anbetracht dessen, dass in der Antike mehrere Hochkulturen und Zivilisationen auf der Erde herrschten, war das antike Ägypten die wichtigste Zivilisation. Doch das ist nicht verwunderlich, wenn man die Anzahl der monumentalen Bauwerke zählt, welche heute noch erhalten sind und eins davon zu den sieben Weltwundern der Antike gehört. Weiter wurden im antiken Ägypten unzählige Mumien, reichlich an Gold, verzierter Schmuck und Masken, sowie mit Farbauzeichnungen verzierte Gräber gefunden. Heutige Forscher gehen davon aus, dass noch ca. 60% des antiken Ägyptens immer noch nicht entdeckt worden sind. Denn das ist aber kein Wunder, denn die Geschichte des alten Ägyptens umfasst ganze 9000 Jahre. In diesem Video heute versuchen wir euch in nur 15 Minuten die Geschichte Ägyptens von dem Jahr 10.000 v. Chr. bis heute zu erzählen. Das ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber wir versuchen unser Bestes. Bitte schreibt am Ende des Videos euer Feedback in die Kommentare, ob dieses Format die Geschichte eines Landes in begrenzten x Minuten knappenbündig zu erzählen, euch gefällt und welche Länder ihr euch wünscht. Aber nun macht es euch gemütlich und wir starten mit dem Video. Los geht's! Die heutigen Geschichtsbücher teilen die Geschichte Ägyptens, gleichen ganze 10 Teile auf und beleuchten viele historisch unrelevante und nicht spannende Dinge. Doch heute werden wir einen anderen Weg gehen und teilen die Geschichte Ägyptens in 3 Teile auf. In den alten ägyptischen Teil, den Anfang, der Hochblüte und den Niedergang der Pharaonen, den griechisch-römischen Teil, bei dem Ägypten teilweise von Nicht-Ägyptern regiert worden war und dem ein Vassal oder eine Kolonie von verschiedenen Reichen und Imperien war, sowie den dritten arabischen Teil, welcher bis heute andauert. Details und einzelne Ereignisse sind in diesen Epochen natürlich großartig, doch wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, euch nur die wichtigsten Ereignisse darzustellen. Wir fangen mit einer kleinen Einleitung zum ersten Teil an und gehen nicht 2000 Jahre, sondern gleich 12.000 Jahre zurück in die Vergangenheit. Um das Jahr 10.000 v. Chr. sah Nordafrika noch ganz anders aus als heute. Es herrschte ein subtropisches Klima und die Landschaft ist von fruchtbaren Büschen, Faunen und Gräsern geprägt. Um das Jahr 8.000 v. Chr. setzte in Nordafrika und auch in Ägypten eine Klimaveränderung ein und die Gegend wurde trocken und es bildeten sich Savannen. Im heutigen Ägypten konnte nur eine Handvoll von Skeletten aus der Steinzeit gefunden werden, was bedeutet, dass es hier noch keine bis wenig Menschen gab und nur lediglich Jäger und Sammler von Afrika nach Asien durchgezogen sind. Heutige Forscher gehen davon aus, dass die ersten Menschen im sogenannten Nabta im südlichen Teil des heutigen Ägyptens um das Jahr 6.700 v. Chr. sich ansiedelten. Die Forscher fanden dort zwölf runde und ovale Hütten. Es waren also sesshafte Hirten, die mit ihren Rindern dort gelebt haben. Um das Jahr 5.600 v. Chr. erschienen Schafe und Ziege in Ägypten als neue Haustiere, dennoch stammte der überwägende Teil des Fleisches nach wie vor von Wildtieren. Genau wegen dem Nil sind auch viele Menschen in diese Gegend gezogen. Denn die ersten Menschen in Ägypten nannten dieses Land das Geschenk des Nils. Der Nil hatte eine Flut- und eine Ebbephase. Als die Flutphase zu Ende ging und der Wasserstand sinkte, war der feuchte Boden, der zurückblieb, sehr fruchtbar. Die damaligen Menschen bauten auf diesen beinahe alles an. Getreide, Gerste, Kircherabsen oder Granatäpfel wurden gesät, angebaut und geerntet. Dieses Prozedere wiederholte sich jedes Jahr auf neue und die Menschen hatten immer genug zu essen. Genau aus diesem Grund stieg die Bevölkerung massiv an und ab dem Jahre 4000 v. Chr. gab es immer mehr kleine Siedlungen am Nil. So gab es zu diesem Zeitpunkt schon die ersten 20 Mini-Staaten in Ägypten und alle hatten dasselbe Problem. Denn die wachsende Bevölkerung brauchte immer mehr Nahrung. Dieses Problem zu lösen, wurden komplexe Bewässerungskanäle und Wasserspeicher gegraben, um noch mehr Fläche im Hinterland zu bewirten und es wurden große Viehhaltungsareale etabliert, welche mit Wasser und Heu direkt von den Feldern am Nil versorgt wurden. Des Weiteren wurden Handelsbeziehungen zu Nachbarstädten aufgenommen. Dieses ganze Prozedere ließ gleich zwei große Reiche in Ägypten entstehen. Nämlich das nördliche Unterägypten und das südliche Oberägypten. Doch im Laufe der Jahrtausende wird es immer wieder Krieg zwischen diesen einzelnen Staaten geben. Der König Menes wird um das Jahr 3000 v. Chr. erster König eines gesamte ägyptischen Staates. Dieser gilt als der erste Pharao und beginnt somit unter den Historikern genannte Zeit der Dynastien. Genau das ist der Beginn des alten Ägyptens, welcher euch ziemlich bekannt ist. Das bedeutet mit den Pharaonen, Pyramiden, Tempeln und Mumien. Unter den Historikern wird diese Zeit in das alte, mittlere und neue Reich eingeteilt. Das Leben als Pharao, Leben eines Pyramidenbauers und weitere Themen über das antike Ägypten haben wir in zahlreichen Videos auf unserem Kanal näher beleuchtet und werden uns deshalb in dieser Ausgabe nur auf die wichtigsten Fakten und Ereignisse konzentrieren. In dieser Zeit der Pharaonen-Dynastien wurde Ägypten zu einem richtigen Staat, einer für damalige Zeit entwickelten Hochkultur, sowie einer regionalen starken Militärmacht. Das Wichtigste in dieser Zeit waren die Errungenschaften Ägyptens im Vergleich zur Rest der Welt. Die Rede ist nicht nur von dem Bau der Pyramiden, obwohl diese natürlich monumental und riesig sind. In der Zeit des Alten Reiches, welches von den Jahren 2700 bis 2100 v. Chr. andauerte, erfanden die Ägypter die Geometrie, den Sonnenkalender und beschäftigten sich sogar mit der Forschung der Sterne. Denn die Pyramiden von Gysi zum Beispiel sind das Ergebnis dieser Forschung und Errungenschaften. Denn der Bau dieser Kolosse wäre unmöglich, ohne das Wissen über die Physik, Geometrie und einfacher Bauingenieurskunst. Zum Beispiel wurden lange Wasserkanäle zum Transport von tonnenschweren Pyramidensteinen auf Holzflossen gegraben. Genau in dieser Zeitperiode wurden auch die großen Pyramiden von Gysi gebaut. Weiter lernten die alten Ägypter in dieser Zeit, wie man Brot backt, sowie aus diesem ein Bier braut. Doch zum Ende der Zeit des Alten Reiches wurde das Klima in Ägypten trockener und die Ägypter gieriger. Dies führte zu Hungersnöten und Bürgerkriegen und das Land zerfiel wieder in viele Einzelstaaten. Das mittlere Reich, welcher danach folgt, ging von den Jahren 2100 bis 1600 v. Chr. Der Kampf um die Macht ging weiter und als Ergebnis herrschten lokale Fürsten, welche aber dem Pharao unterstellt waren. Und auch hier gab es Errungenschaften. Die alten Ägypter eröffneten im großen Stil Schulen, Universitäten und Bibliotheken und lernten, wie man das Metallbronze herstellen kann. Des Weiteren wurde das Schreiben auf Papyrus etabliert und es gab sogar eine ganze Sammlung an Buchstaben und Symbolen. Weiter wurden auch Wasserspeicherung perfektioniert, als der Pharao, Arme Nenhet, der dritte der 12. Dynastie an der Macht war, welcher in seiner Regierungszeit einen riesigen künstlichen See bauen ließ, welcher heute noch als der Quarunsee erhalten ist. Dieser wurde von den alten Ägyptern zur ganzjährigen Bewässerung der Felder genutzt. Doch später ging auch natürlich das Mittlere Reich unter. Über die Ursachen wird heute viel gerätselt, doch wahrscheinlich spielten Asiaten eine Rolle, welche in das Nil-Delta eingewandert sind und von dort aus über das untere Ägypten die Macht übernommen haben. Nach ca. 100 Jahren des Krieges gegen die asiatischen Besatzer konnten diese vertrieben werden und Ägypten wurde wieder geeint. Diese Zeit wird auch als das Zeitalter des Neuen Reiches bezeichnet, welches von den Jahren 1500 bis 1000 v. Chr. ging und Ägypten sich aus der Asche erhob. In diesem Zeitabschnitt lebten die heute bekannten Pharaonen wie Tutankhamun, Ramses I. und Ramses II. sowie die Pharaonen Nerfetiri. Weiter erreichte die Reichsausdehnung ihren Höhepunkt und ging bis zur heutigen türkisch-syrischen Grenze. Jetzt wurden die Pharaonen nicht mehr in Pyramiden berdigt, sondern in versteckten unterirdischen Gräbern. Denn schon damals waren Grabräuber eine Plage. Doch die Gräber wurden dafür noch reichlicher mit Gold, Schmuck und anderen Schätzen gefüllt. Nach dem Tod von Ramses III. war das Land ab dem Jahre 1150 v. Chr. von Krisen und Bürgerkriegen gekennzeichnet. Es folgten viele Pharaonen, welche nur eine kurze Regierungszeit hatten und das Land am Nil teilte sich wieder in viele Mini-Staaten auf. Nach der Vertreibung der Assyrer konnte Ägypten im Jahre 660 v. Chr. unter dem Pharao B'Sammetich I. wieder geeint werden. Jahre 539 v. Chr. wurde Ägypten ein Teil des Archämenidenreiches und ab dem Jahre 525 v. Chr. eine Kolonie des Persischen Reiches. Das ist ein sehr wichtiges Datum, denn von hier hörte das alte Ägypten de facto auf zu existieren. Nie wieder wird Ägypten eine derartige Unabhängigkeit und kulturelle Blüte mehr haben. Doch die Macht wird Ägypten unter dem Makedonier Alexander dem Großen wiederbekommen. Und hier kommen wir zur griechisch-römischen Zeit Ägyptens, welche von den Jahren 332 v. Chr. bis 642 n. Chr. ging. Alexander der Große eroberte große Teile der damaligen Welt und holte Ägypten in sein Weltreich. Genau hier wurde die Hafenstadt Alexandria gegründet. Das antike Alexandria war vor allem für seinen Leuchtturm eines der sieben Weltfunde der Antike und für seine große Bibliothek bekannt. Im makedonischen Imperium wurde Ägypten Lieferant für Getreide und es wurde von dort nun an griechisch gesprochen. Die letzte Pharaonin der griechischen Ptolemäer ist euch natürlich bekannt. Das ist Kleopatra, welcher mit Julius Cäsar ein Kind hatte und im Jahre 30 v. Chr. Selbstmord beging. Diesen Zeitpunkt wurde Ägypten endgültig ein Vasallenstaat des römischen Reiches. In dieser Zeit ist im ehemaligen Land der Pharaonen nichts Großartiges passiert. Das Land blieb in seiner Entwicklung stecken und wurde vom Zentrum der Welt zu einem Brotlieferanten degradiert. Im Zuge der arabischen Eroberung Ägyptens wurde im Jahre 642. Chr. auch die Stadt Alexandria eingenommen. So wurde Ägypten ab diesem Jahr islamisch und die arabische Zeit begann. Nach einigen hundert Jahren sprach das ganze Land arabisch und die Bevölkerung übernahm die arabischen Bräuche, welche bis heute immer noch bestehen. Im Jahre 870 n. Chr. verlässt Ägypten das arabische Kalifat und wird die nächsten 700 Jahre auf dem Papier beinahe unabhängig sein. Wichtige Rolle bei diesem Prozess spielte auch der legendäre ägyptische Sultan Saladin, welcher im 12. Jahrhundert n. Chr. gegen die mittelalterlichen Kreuzritter im Heiligen Land kämpfte und Ägypten territorial vergrößerte. Im Jahre 1517 n. Chr. wurde Ägypten ein Teil des Osmanischen Reiches und verwandelte sich in eine typische Kolonie. Die Situation erinnert an die Zeit des Römischen Reiches, doch jetzt ernährte Ägypten die Osmanen und führte all ihre Befehle aus. Aus allen Ereignissen, die in Ägypten folgen, ist der Feldzug Napoleons im Jahre 1798 n. Chr. das nächst wichtige Ereignis. Weiter wurde im Jahre 1869 der Suezkanal von den Franzosen und Briten fertiggestellt und welche später alle Rechte zur Durchfahrt an sich nahmen. Ungefähr um diese Zeit, also im Jahre 1882, wurde Ägypten eine britische Kolonie, welches erst bis zum Jahre 1936 blieb. Im ersten Weltkrieg gab es einen Herrscher in Ägypten, welcher auf der Seite des Deutschen Reiches kämpfen wollte, doch dieser wurde wieder rasch abgesetzt. Im Jahre 1936 zogen die Briten all ihre Truppen bis auf die Suezkanalzone zurück und Ägypten bekam seine volle Unabhängigkeit. Ägypten wurde im Zweiten Weltkrieg von den Alliierten wieder besetzt und ein wichtiges Aufmarschgebiet im Kampf gegen italienisch-deutsche Streitkräfte in Nordafrika. Genau dieses Intervenieren der Briten führte zur Revolution im Jahre 1952. Aus diesen ging Ägypten als ein unabhängiges Land mit einem Präsidenten und eigenen Interessen hervor, so wie wir es heute plus minus kennen. Ich hoffe, euch hat die Zusammenfassung der Geschichte Ägyptens gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Kanal HistoryJack.